Beatrice Egli Florian Silbereisen auf dem Gipfel des Glücks Wer weiß schon, wie oft die beiden in letzter Zeit telefoniert haben, wie oft sie gemeinsam über ihre Zukunft sprachen und sie sich in den schönsten Farben ausmalten. Endlich, nach so langer gemeinsamer Zeit, können Beatrice Egli, 34, und Florian Silbereisen, 41, strahlen. Endlich ist das Traumpaar vereint. Und gemeinsam auf dem Gipfel des Glücks. Der tolle Grund, Beatrices größter Traum geht jetzt in Erfüllung. Denn endlich darf Beatrice am 15. April zur besten Sendezeit ihre eigene Sendung präsentieren. Die große Beatrice Egli Show im 1. um 20.15 Uhr mit Stars wie Mireille Mathieu, 76, Peter Maffay, 73, und Johnny Logan, 68. Natürlich ist die hübsche Schweizerin nervös vor dem großen Tag. Aber zum Glück hat sie ja Florian. Die beiden sind seit Jahren beste Freunde. Und manchmal scheint es, als wäre da mehr zwischen ihnen. Und nun stände einem mehr ja auch nichts im Wege. Beide sind offiziell Single und beide jetzt offiziell im Schlagerhimmel angekommen. Mit großen Samstagabendshows. Auf Augenhöhe und dem Gipfel des Glücks. Und das verbindet. Natürlich können beide voneinander profitieren. Sie von Florians Erfahrungsschatz. Florian auch von ihr, weil Beatrice eine neue, frische Sicht auf die große Showwelt hat. Und all diese Dinge machen ihr Glück perfekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank.